Willkommen zurück zu Metro 2033. Nach der ultralangen Folge 19 sind wir jetzt bei Folge 20 und wir müssen den, wie war das jetzt gewesen, Militärkomplex, da sieht man's, finden Sie den geil Militärkomplex D6. Also müssen wir uns da jetzt auf den Weg machen und los geht's. Eine lange Rolltreppe. Oh mein Gott. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudelraketen erwecken. Ein Rudelraketen... ...musste er erwecken. Ich weiß ja nicht, was er unter Rudel versteht, aber... Oh. Vielleicht sollten wir mal die Maske aufsetzen. Grad musste ich ihn noch nicht tragen, aber naja gut, okay. Boah, ist das cool. Schon wieder cool. So. Ich... Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Wahl ist, jetzt hier, ähm... ...die Waffe mit dem Schalldämpfer zu wählen. Ich werde aber mal... ...dabei bleiben. Mhm. So. Ganz schnell hier drunter weg. Oh, eine Ratte. Oh, wie süß. So. Dann haben wir... Äh, 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 äh. Mir brennt ihr scheißwecher. Wah. So. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ich werde mich trotzdem jetzt mal hier ein wenig noch... Du hast das auch gesehen, oder? Du hast das auch gesehen. Okay. So, wenn wir mal den Filter wechseln. Okay, ich... Was, was, was Hand benutzen? Was für eine... Ah, Medipack haben wir ja voll. Da ist ja... Das haben wir ja schon. Was hat er hier? Aha. Eine neue Maske. Sehr schön. Oh. Entschuldigung. So. Äh, Moment, Moment, Moment. Bevor ich jetzt da raus... Aua, Aua, Aua. Ah, da brenne ich mir noch den Arsch. Gibt's doch gar nicht. Hä? Wie? Wir müssen da lang. Was? Wir müssen hier lang? Aber hier geht's doch gar nicht lang. Okay, also nach draußen und dann links würde ich... Was? Links würde ich mal behaupten. Ich werde... Ich will da gar nicht raus. Ich will da gar nicht raus. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Du auch? Oh. La, 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 la. La, 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 la. Laufe ich richtig? Ja, ich laufe richtig. La, 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 la. La, 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 la. was 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 war das die rats entscheidung hatte mich schockiert aber mir das Plan gab mir Hoffnung einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf ja ich musste die Raketenrudel wecken ja toll so was haben wir denn jetzt hier munitionsmäßig ach so wir haben noch genau wir haben noch die andere Bumme die werde ich jetzt mal oh oh ja 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 stimmt ähm ich bin beinahe vergessen die Maske aufzusetzen so ähm dann werde ich jetzt mal eben diese Waffe ausprobieren ja da war ja nichts so also auf geht's la 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 schön dass es nicht gibt jetzt nicht mehr oder vielleicht doch la 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 vielleicht sollte ich mich ein wenig beeilen anscheinend kann man hier nicht lange leben bleiben oh la 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 mi Mysterium uahhh uahhh uść uadhhh ufirsth ich will da nicht rein Muss ich da rein? Nein, da muss ich doch nicht rein, oder? Nee. Oder? Anscheinend doch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was? Oh. Mal Lämpchen anmachen. Mal geben kurz die Batterie. Was haben wir denn da in der Einfolge da aufgesammelt mit der Batterie? Dass er da sich... Du hast das auch gesehen. Ich bin nicht alleine. Ich will hier gar nicht sein. Ich bin ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Obwohl ich hab ne coole Waffe eigentlich. Baaah. Baaah. Geh weg. So, hat der noch was? Oh. Der hat bestimmt gebetet, so wie der sitzt. vorher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Iiii. Ein Tunnel. Wenn du reinfährst, wird's dunkel. Wenn du rausfährst, wird's hell. So, da ist eine Falle. Sehr schön, dass ich die auch sehe. Warum kann ich die nicht schneiden? Doch, doch jetzt. Ah, okay. Ah, ja. Ah, ja. Nein. M-m-m. Ich mache diesen Witz jetzt nicht. Ja. Äh. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier hoch? Tatsache. Hallo. Wir müssen ja immer noch zu dieser Bus. 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 Huh. Wollt ihr mich verraschen? Jetzt auch noch Battlefield hier, oder was? Ja? Wer schießt denn da? War man nicht da hinten auch mal gewesen? War das nicht das mit den Fenstern? Alter, ich will hier gar nicht sein. Oh, 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 oh. Da kommt schon wieder der fliegende August. Der fliegende. Mach die Tür auf. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich will. Okay, geradeaus. Wow, 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 wow. Der fliegende August. Der fliegende August. Oh, ich bin hier voll... Wow. Au, 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 au. Was? Was war das denn? Oh nein, 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 Wie geil ist das denn? Wo muss ich denn hin? Hier rein, oder was? Geradeaus? Hä? Zurück? Was denn jetzt? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Wie scheiße ist das denn? Oder muss ich hier wieder ums Überleben kämpfen? Erstmal. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ja toll, jetzt muss er den Filter wechseln. Genau, jetzt, weißt du? Ja, guck, mach fertig. Oh, Medi-Pack, 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 Medi-Pack. Nein, nein, nein. Stirb, stirb. Medi-Pack, Medi-Pack, Medi-Pack. Au, 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 au. Die weg. Stirb. Au, 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 Medi-Pack, 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 Medi-Pack. Au, 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 au. Alter, alter, die sterben nicht. Die sterben nicht. Die sterben nicht. Doch, jetzt sterben sie. Jetzt sterben sie. Jetzt sterben sie. Oh, ich muss mal nachladen. Scheiße. Ich muss mal nachladen. Was, Atiop? Was, wo? Wo, wer, wo? Wo denn? Ach, da. Uah. Uah, uah, ich komme, ich komme, ich komme, Jungs, ich komme. Ich komme, Jungs, ich helfe, ich helfe. Aua. Uah. Bildet einen Kreis. Ich will hinten stehen. Ich will hinten stehen. Bildet einen Kreis. Ich will hinten stehen. Also war das... So, jetzt aber. Jetzt bin ich stinkig. Hm. Hier kommt aber nichts, Jungs. Wow. Ja, aber okay, hier kommt. Brennt, ihr Schweine. Brennt. Brennt. Ja, wieder. Jetzt muss er den Filter wechseln. Mit im Befechten, ist klar. Was? Wo? Wo? Die sollt brennen. Die sollt brennen. Die sollt brennen. Brennen sollten wir. Brennen. Brennen. Wofür munnen habe ich jetzt auch nicht mehr gebrennt? Das ist ja eine Position. Das ist ja die normale. So. Man, sterb. So. Also, geht doch. Ah, die warf jetzt gar nicht mal so schlecht. Oh, wie kann ich das vertragen? Aber verdammt. Wie soll das denn dann in diesem Unstra-Schwierigkeitsgrad sein? Ja. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. Ja. Genug gefroren. Genug gefroren. Da ist doch die Bibliothek schon, oder? Bibliothek. Steht da. So. Mach hier auf. Ist kalt. Cool. Ja. Gehen wir, Leute. Bin nicht dafür. Wow. Cool. Maske ist gut. Okay. Bücherei. So. Scheint ruhig zu sein. Ja, dann mach doch die Tür zu, du Esel. Wow. Was? Was? War ja klar, dass ich hier nicht alleine bleibe. Ja, die Tür ist zu. Ja, super. Was ist das denn? Alter, bin ich hier bei Half-Life, oder was? Alter, was ist das denn? Bin ich bei Half-Life? Diese fressenden Dinger, die dich nach oben ziehen und dann töten? Wie geil ist das denn? Sie sind doch mit einem Schuss nicht tot, oder? Was muss ich denn hier machen? Der hat einen Schlüssel bei sich. Haha, also ich bin safe. Äh. Wo muss ich denn hin? Ja, natürlich. Geh weg. Geh weg, 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 geh weg. Aua. Die hauen am Umsehe, die scheiß Viecher. Ist denn sowas möglich? Wow, 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 was, was? Was? Ja, natu... So, weg. Hier, komm ich doch durch, oder? Nee. Hallo? Wo muss ich denn jetzt... Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß grad gar nicht, ich weiß grad gar nicht, wo ich hin muss, aber... Irgendwie... Irgendwie wird mir das Spiel doch jetzt gleich schon was sagen, wo ich hin muss, oder? Nee, das ist falsch. Wo muss ich denn hin? Hä? Ja, zurück geht's. Geht's denn zurück jetzt wieder? Ach, ich hab den Schlüssel für die Tür wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Ich komm nur hier. Wow, 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 willst du mich verarschen? Wow. Ich, äh, äh... Wo muss ich denn hin? Muss ich wieder zurück? Kann das sein? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Oh, hallo. Ich muss doch nicht... Ach, da! Ach so. Hm, das hätt mir auch einer sagen können. Jetzt machen die mir erst die Tür auf. Ja, natürlich. Mach die Tür auf! Ja, ist klar, Atiom kann die Tür nicht alleine aufmachen. Nicht weg gehen! Wir kümmern uns auf dem Rückweg um euch! Haha, nur ein Scherz! Dazu sag ich jetzt mal nichts. Gute Arbeit, Atiom! Gute Arbeit, Atiom! So, dann schauen wir uns mal ein wenig um... Ja, um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um! So... Atiom! Komm und, tschau mal! Komm und, tschau mal! Wow. Finaler Bosskampf. Hat jemand gefurzt. Mit Gasmaske würdest du eh nicht riechen. Ne, das stimmt. Da kannst du ja noch so viele Filter wechseln. So, ähm, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht, ja? Und dann vielleicht kämpfen wir ja gegen den Ochsen da draußen, ja? Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Dankeschön. Und, äh, ja, die sollte dann wieder einschalten. Ihr solltet auf jeden Fall dann wieder einschalten. Also, macht's gut. Ciao.